so leute jetzt geht es weiter hoffen wir mal dass wir das jetzt mit dieser berechnung ein bisschen in das Wasser hinkriegen so cool also das ding hier geht mir ja richtig auf den senken meine Fresse so ach dann lass es dann lass es so jetzt hier so ach es ist möglich deswegen machen wir das dann gleich schicken wir den mal hier hin du kommst hier hin so und hier oben dürften wir es gleich durch sein hier schon hier schon hier 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 so so das hätten wir der Bomber kommt hier schon mal mit ich kommst schon mal hier hin ich ziege einmal hier hin falls hier irgendwas kommen sollte ich bin mir sicher dass irgendein Gegenschlag noch kommt weil das kann man nicht vorstellen dass es das schon war deswegen warten wir mal noch mit den Zielen ich meine wir haben genug Zeit und go welch überraschung dass hier plötzlich einheiten noch auftauchen so erst mal hier so eieieieieiei das ist unfassbar das ist unfasst so, den schicken wir mal dahin wo er hingehört, weg gut ey, warum hat der jetzt keine Munition mehr, ich hab doch eben den noch nachgefüllt so, den schicken wir mal, ich hab doch den schicken Okay. So, ich denke mal da oben sollte das eigentlich jetzt gleich Geschichte sein. Das darfst du keinem erzählen, das hier. Das darfst du echt keinem erzählen. Das glaubt dir keiner. Ich sag ja echt, wenn das bei dem nächsten Panzerbruch genauso ist, dass diese Scheiße weiter so beschissen geht. Nein, ich hoffe es echt nicht, weil dieses Scheiße Widerstand muss raus. Das gibt auch keinen Sinn. Ach Leute, wieviel Scheißflags wollt ihr denn noch dahin klatschen? Ah, das ist doch zum Kotzen, ey. Okay. 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 So, was jetzt gesagt, wir kriegen jetzt die Scheiße in die Länge gezogen hier, ne? Ja. Wegen diesen Scheißdingern hier. So. Ja. Und weiter geht's. Zieh's in die Länge. So. Ja. Ja. Wir machen hier unten erstmal weiter. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Können wir machen Die Flaks sind gleich eh weg und dann sollte das hier klappen Untertitelung des ZDF, 2020 Gut Vielleicht die Stücke noch hoch, müssen wir mal gucken Hm, da hat er sogar was drin, okay Gut, weiter geht's Na ja, dann ist er beschäftigt Ja natürlich, musst du mir jetzt hier noch Einheiten hochschicken Was eine Scheiße, ey, wieder Okay, Feindverbände treten aus dem Raum Und er scherzt hier zu einem Gegenschlag an Treffen sie die notwendigen Ja, das ist Typisch Sag mal, wie oft soll ich dann noch das Das Vier Schaden müsste der schon haben Und der hat null Das ist doch nicht normal Ja, drei Schaden mit einer Vierer Stärke Ja, sicher Das ist doch wirklich die Verarschung pur, ey Ne, kommt dann hoch Ja, das passt Okay, go Okay, ich muss die Scheiße jetzt schneller erobern, weil sonst geht er mir richtig auf den Sack Das ist doch so ein Kotzen, das jetzt geht Du eroberst den Scheiß und dafür wirst du bestraft Äh, das ist ein Kotzen Das ist richtig so ein Kotzen Das ist richtig so ein Kotzen Das war's. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Lass ihn mal so stillen. So, Sache ist durch. So, Sache ist durch. So, gut, die Sache ist durch Endes jetzt Echt, du musst echt warten Am besten alle Ziele umgehen und dann das Ding erst dann erobern Weil sonst musst du dich wirklich mit sowas da rum ärgern Ah, das ist sowas von schlecht umgesetzt Ganz ehrlich, das ist sau schlecht umgesetzt Du wirst bestraft, wenn du deine Ziele eroberst Das kann ja wohl nicht wahr sein Das ist ja wohl echt die Krönung schlechthin, ey Sie haben durch ihr entschlossenes Eingreifen die Front vorher stabilisiert Ich habe hier einen Artikel für Sie Unserem Befehlshaber betreffend Feldmarschall Fritz Erich von Mannstein Warte, warum ist der Scheiße? Soll hier englisch etwas eingerostet sein Feldmarschall Erich von Mannstein Der Rückzug mag meisterhaft sein Aber Siegen ist die entgegengesetzte Richtung Dies ist der Titel des Time Magazin der vergangenen Wochen Dahinter steckt viel wahres Okay Leute, das war es von dieser Schlacht Ja, die Schlacht war ganz gut Aber zum Ende, also ich hasse es Du machst dein Du machst alles richtig Du eroberst dein Zeug Und dann kriegst du eins auf die Fresse dafür Das ist ja wohl mega, mega mies Also wirklich mega mies Hätte ich das gewusst, hätte ich unten das hier jetzt gar nicht erobert Erst am Ende Und dann wäre Ruhe gewesen Okay, das war es von der Schlacht Bis dann und ciao